ja und zusammen da bin ich wieder mit meinem display so klar der karl abstufe rot 1 remaster edition auf seiten der menschheit sage ich jetzt einfach mal und ja zweite ameisen mission und ja wir haben es jetzt hat sich mit riesen arbeiten zu tun und wir waren dabei zivilisten hier zu befreien ja das ja beim letzten mal schon ordentlich aufgebaut haben ein volles geld und da würde ich sagen machen wir das einfach mal so wir haben hier unsere kampfpanzer und die hier soll man retten okay dann würde ich sagen machen wir das einfach mal macht die kaputt hier was macht ihr denn hier die panzer die sind aber echt heftig gegen die ameisen schickt man ja dann machen wir mal die weiteren arme sind hier platt die flammendinger die haben ja natürlich keine chance ging aber die normalen hallo die normalen wir haben das schon chance gegen so dann machen wir mal weiter ich glaube es sind sogar nur zwei dörfer oder war hier noch mehr nee 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 das war ja anders an das zwei oder ach du scheiße okay weg damit das sind die super ameisen hier da kommen immer mehr raus macht die brücke kaputt so ha ha seht ihr das da aber die kommen ab und jetzt eingesperrt sehr schön wir haben die armeisen da eingesperrt leute so die spornen jetzt nämlich hier unendlich raus aber die kommen da nicht raus weil wir die eingesperrt haben durch die brücke sehr schön ach du kacke was denn hier alles los ist noch eine brücke kaputt machen los kaputt machen macht die brücke im arsch macht die brücke im arsch so wunderbar hier und kaputt machen wunderbar jetzt haben wir aber jetzt haben wir es aber entkültig eingekreist hier ich schaue euch das an was hier machte blattlos ja die haben mich schon einiges von meinen panzern weggenommen und schaut mal wir haben sie hier eingekesselt ist das nicht geil ist das nicht geil liebe leute und ja wie gesagt wir müssen diese bürger befreien das sehr guten weg da ist noch einer kommt mal alle nach hause hier so was soll ich doch schon ja kommt hier kommt die eigentlich her doch mal nee 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 nix 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 lasst die bürger da oben in ruhe so ihr feige schweine echt und mal her ja so bäms war hier los kaputt machen alles im arsch machen los ich habe jetzt nur vier panzer wunderbar gut ich frage es jetzt halt wie komme ich hier rein machen die einen schaden leute das kann ich mir das sehr heftig vor machen die einen schaden hier und hier kommen immer mehr raus da kommen immer mehr raus das ist ja wohl nicht wahr hier da kommen unendlich viele armeisen raus ja toll bräuchte tatsächlich meine sind das alle hier sind sie doch eine medizin brauche ich ja das ding ist dass das ist ja seht ihr dass das liebe leute ist ein armeisen ist und da kommen die jetzt da kommen die halt jetzt rausgespawnt so macht die platz ich meine die braunen die sind ja ganz okay noch kaputt machen dass wir auch bitte kaputt machen zum glück haben wir ein geld depot hier nein flammen ameisen lasst die mal weg laufen das thema weg laufen danke danke du arschloch ameise echt nein kaputt muss ich tatsächlich eigentlich auch hier mit panzer die brücke kaputt machen habe ich hier kein flugfeld oder so habe ich nicht keine werft bauen ja toll toll so glatt machen wunderbar so sehr gut dann wollen wir die man nicht triggern krieger ameise schaut mal was das hier für eine da die sind zu schnell leider diese zu schnell aber die roten sind zumindest krieger ameisen ok was macht ihr denn jetzt aber das ist sehr gut eigentlich wir haben genug ach so wir haben erstmal genug kohle das reicht sogar schon war das reicht schon liebe freunde wie gesagt wir haben jetzt hier die überreste von keine ahnung was ich weiß es sieht wie eine zusammengewürfelte truppe aus was wir hier spielen aber es sieht auch wie die die aus das ist verdammt interessant muss ich sagen das war jetzt hier im alarmstufe rot alarmstufe rot die die tatsächlich spielen finde ich krass um ehrlich zu sein aber finde ich auch gut dass die hier so eine verbindung haben zu tibirien konflikten ja sieht man richtig sporn daraus hier ich mach die brücke im arsch so und die brücke im arsch machen hallo macht die brücke im arsch jetzt auch leute das so toll jetzt brauchen wir schon wieder sie los verdammt nochmal ich mach doch die brücke im arsch hier warum geht sie nicht kaputt ja macht deine eigene einheit platt ja sammler dann keine ahnung bleibt mal stehen hier muss doch irgendwie hier die brücke platt kriegen das gibt's doch nicht stellen stellen mal die mannigen dahin wartet mal die rücken ist doch irgendwie kaputt kriegen weil sonst kriegen wir auch die einwohner nicht doch wir kriegen die einwohner hat und die brücke ist im arsch seht ihr das sehr schön alles klar dann haben wir auch die vom grünen dorf ja dann haben wir sie alle befreit eigentlich finde ich gut man ist klar heute ihr seid befreit sehr gut wo ich hätte mich theoretisch auch hier oben noch aufbauen können zweifolle sammler hier ich hätte mich eigentlich auch theoretisch da oben aufbauen können ich hätte den bauch einfach hier oben hinstellen können aber naja gut das hätte mir das gebracht haben genau nix so ihr seht dass das ameisennest ist sinnlos dagegen zu kämpfen weil die würden dann unendlich spawnen das ist hatte so dann hier müssen wir jetzt irgendwie ja die die ganzen leute darüber schiffen das waren ja nur die beiden dörfer glaube ich zu mir muss ja dann sogar fünf nur das war das war schon wunderbar perfekt weiter geht's mit den ameisen weiter geht's mit den ameisen okay ich bin gespannt jetzt hier so die quelle der ameisenplag wurde auf dieses gebiet eingegrenzt wir vermuten dass sich hier ihr nest befindet oh gott vernichten sie sie ein team ziviler spezialisten ist auf dem weg zu ihnen setzen sie sie ein um alle ameisennester in der gegend mit gas auszulöschen beseitigen sie außerdem alle ameisen denen sie begegnen aber vorsicht diese viecher weisen sich durch alles viel glück alles klar werden wir brauchen seht ihr das wie schnell die mammut platt machen genau deswegen liebe leute werde ich auch keine mammuts hier bauen hier unten das ist nur eine verarschfeld dass sie genau deswegen werde ich auch keine mammuts hier bauen eben wegen genau diesem grund ich werde auch keine großartig viel panzer bauen hier da sind raketen typen und da ist ein best seht ihr dass da ist ein best so alter weg machen voll die eiskalt auf meinem bau ist ja und ich war und ja liebe freunde kann so mich mal gespannt wie das jetzt weitergeht diese mission habe ich tatsächlich noch in erinnerung schaut mal da sind unsere zivilisten die müssen wir einfach nur in die nähe von diesen nestern bringen dann sprühen die was sprühen die was und dann nest vergast bitte was vergast heute ist nicht euer ernst oder das darf man eigentlich gar nicht schreiben so ja aber gut die müssen auf jeden fall überleben weil wenn die kaputt gehen haben verloren das richtig kacke und ihr seht dass wir haben da jetzt ein giftgas gesprüht und durch dieses giftgas sterben die viecher sofort wenn die da jetzt rauskommen das ist natürlich mal obergeil die sterben sofort das heißt sie können uns gar nicht mehr tun ja klar kommt er auf so auch hier bunker ganz dringend hier unten zumindest drei stück wieder hat beim weg damit so genau liebe leute ja nein nein das sind solche drecksviecher ne echt das ist ja wohl nicht sicher ernst wo kamen die denn her toll jetzt kann ich mir in sondern nach die energie ja gut aber ich meine das muss das muss doch klappen so ja die sterben direkt das ist in ordnung und zwar gehen die eiskalt auf meine sammler das ist echt wird repariert unfassbar echt und beschreiblich naja gut egal einer hat ja überlebt das ist ja das wichtigste und das ist tatsächlich jetzt schon die vorletzte mission von diesem ganzen spiel auch tatsächlich ja vorletzte mission von allen komplett ja natürlich dann zahlt sie die neue rein und ist okay hatte so auch die wollen nicht ja nur dann dann wollen sie halt nicht scheiße naja gut egal die kriegen wir so platt konstruktion abgeschlossen geil wären natürliche test der spulen gewesen aber das wäre glaube ich zu op gewesen für die entwickler dass es war der test der spulen kriegen wir sollen es einfach hier mit ein bisschen spielzeug arsenal ein bisschen rum ärgern ich meine warum auch nicht so die bmt ist die kann ich gleich nutzen um ein bisschen zu erkunden kein geld mehr geil konstruktion abgeschlossen kohle hier unten geht irgendwie auch gerade flöten werkstatt kohle hier unten geht auch flöten ja stadt okay hey 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 boah Gottes willen ey so zack die bmt ist bitte heilen so oh fuck oh fuck Leute das ist hart da reichen die Bunker nicht aus da reichen die Bunker also nicht aus das heißt ich muss da ich muss da tatsächlich Geschütztürme aufbauen ja komm ja ich muss mir da jetzt da oben irgendwie den Weg freiräumen da oben muss ich jetzt irgendwie den Weg freiraum versucht das mal mit den beiden Mammuts den Rest bräuchte Verteidigung was soll eine Ameise macht Mammut zur Hälfte platt das ist ja wohl nicht wahr so macht die Schweine im Arsch was so hallo weg machen den Kack so wenn ich hier oben die nächste Kriegerameise wenn ich hier oben das nächste Nest neutralisiere bzw vergase wie sie es hier nennen da kann ich hier oben Ruhe sammeln alles klar weitere Ameise alter Schwede so ja aber hier und noch eine sehr schön weiter geht's hier so hier oben ist glaube ich irgendwo noch ein Nest von den Dingern ja da seht ihr auch du scheiße das sind zu viele das sind zu viele scheiße oh Gott das reicht doch unmöglich aus alter Scheiße äh jetzt nicht euer Ernst alter bitte was oh scheiße und ich hab's nicht gespeichert okay okay Drecksdinger das ist natürlich heftig jetzt ja ich hab die da oben zu sehr äh gereizt okay in dem Bau da sind sie ja schon hier so da sind sie ja schon die Kollegen so natürlich wollen die auf den Bau rufen ist ganz klar so muss aber auf jeden Fall da oben das erzfeld kriegen das wollt ihr Konstruktion so ähm Verstärkungen sind eingetroffen so da sind noch mal eine wenig sehr gut hallo wie viele wie viele rennen denn von euch hier rum Mensch ja diese Mission habe ich tatsächlich in Erinnerung dass die echt schwer ist ja dann ein bisschen zu heftig hier die lassen sich aber auch nicht locken die lassen sich aber auch nicht locken so das hier jetzt aha okay ähm so die können jetzt mal bitte dieses Nester vergasen vergasen genau so und ihr so ihr macht uns macht mal bitte den Weg für den Sammler frei ne das nervt okay alles klar hä hey so wunderbar ist da die Gefahr schon mal gebannt sehr schön liebe Freunde da können wir uns ja alter nein Konstruktion abgeschlossen okay ich muss da einfach ein paar Türme aufbauen Mänikenfabrik brauche ich so Konstruktion abgeschlossen Mänikenfabrik Panzerfabrik vor allem ich lasse sie jetzt schöner stehen die Mammuts ist einfach besser Mensch so nervig alles klar aber ja Leute das ist die voll letzte Mission ich muss schwer sein Konstruktion abgeschlossen die muss schwer sein okay okay alles klar hier und ist ja auch noch das Geldfeld wir haben eigentlich genug Geld aber es ist halt die Dinger die sind halt extrem schnell ne die sterben direkt das ist das ist sehr gut das ist so gut dass sie da direkt sterben und ja wir holen uns warum ist der schon wieder halb kaputt der Sammler die 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 patrouillieren nur okay die patrouillieren nur ja gut na dann dann lasst sie ruhig patrouillieren wenn die nichts machen wenn die nichts machen sollen wir das erstmal egal sein ganz ehrlich wird gebaut okay so nein 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 hör auf 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 ekelhaft richtig widerlich auch diese sounds die die machen richtig widerlich aber gut die können eigentlich mal ein bisschen nach vorne fahren so gleich kommen sie ja ordentlich angeschissen da ne Konstruktion ab zur Werkstatt hier unten hin bauen so wir können uns den Bauhof bauen oder nee Mammuts Raketenwerfer schaut doch tatsächlich also das ist tatsächlich auch meine Vermutung trifft hier glaube ich zu dass wir hier tatsächlich das gibt's doch nicht jetzt kommt hier die Welle ne immer auf die Sammler das ist ja wohl die Höhe echt immer auf diese Drecksammler boah den Sammler nach so Mensch ey meine Vermutung trifft glaube ich tatsächlich zu dass wir die GDI spielen na guck euch das Arsenal an normale Panzer Mammutpanzer Raketenwerfer hatten die auch Jeeps BMTs vor allem ja BMTs Grenadiere Raketenwerfer wir haben wir spielen nicht die GDI das finde ich krass Leute dass wir jetzt hier die GDI spielen ich meine die Geschütztürme hatten zwar die Bruderschaft aber ähm der Rest der passt doch echt überein der Sammler der geht natürlich mal wieder voll da oben hin einmal mit Profis arbeiten ne ich sag's euch so geh doch hier unten hin was machst du denn da für Sachen so ich hab Türme hier bäm unser Stützpunkt wird angegriffen alles klar Mensch so dann haben wir uns jetzt hier eingemauert ja wobei doch eigentlich äh eigentlich reicht hier eine Armee von Mammutpanzern voll aus reicht voll aus ja ich meine wir haben die Kohle ja ne wir haben die Kohle und Konstruktion abgeschlossen und das denn und das denn nicht naja gut ähm so ich glaube Verteidigung steht erstmal dann können wir mal Mammuts bauen alles klar dann mach ich's doch wieder klassisch mit der Mammutpanzer-Armee so ich hab hier Türme gebaut Kollege nein nix da Freundchen nix da ich meine warum warum sage ich Freundchen ich meine die werden ja gar nicht von dem Menschen kontrolliert die Dinger und ich hab nur zwei Sammler im Einsatz das ist eigentlich ein bisschen wenig dafür dass hier auch nur Erz ist oh Gott ja klar natürlich ey alter Schwede na gut dann muss ich halt hier Tümpchen nachbauen so vor allem das sind jetzt auch die starken Ameisen ne das sind nicht die schwachen nein das sind die starken natürlich naja gut ich erkunde das nochmal ein bisschen hier so warum ruckelt das kommen jetzt hier wieder 20 Ameisen auf mich zu oder was nö okay sehr gut da alter oh Gott sei Dank du kriegst den Turm nicht nix da ach Leute das dauert doch ewig bis wir jetzt mal hier unsere Panzer Awe zusammen haben ja gut aber what what okay der Mammut hat eine Ameise platt gemacht glaube ich so wir dürfen nicht zu nah an das Nest da dran das ist ganz wichtig bei uns werden wir überrannt sonst werden wir echt überrannt genau wie jetzt so ach der kriegt da hat da wieder einen gekriegt ne beziehungsweise haben sie wieder einen gekriegt es ist ja kein Gegner das muss ich mir immer wieder vor Augen führen dass das hier kein Mensch ist der da die KI steuert so da braucht ihr eigentlich gar nicht über nervös zu werden die die stehen gar nicht auf ach was da ich fahre jetzt noch einen dritten Sammler das dauert mir so lange Mammut den kriegst du hin Sammler sammelt bitte hier unten ja das kriegt der Mammut schon hin schön weg mit der Scheiße sehr gut so 17 Stück Wunderbar dann wird der Sammler jetzt auch fertig wunderbar ok dann habe ich jetzt zwei Sammler hier unten im Einsatz dann sollte das er passen mit den 17 Mammuts ja ich traue mich irgendwie nicht so ganz nach vorne zu fahren aber ich glaube das geht noch ja noch geht's so zum Glück können die sich manchmal nicht entscheiden auf welchen Turm die ballern das ist natürlich vor allem das ist auch geil ne eine Ameise die einen Flammenwerfer im Maul hat oder was auch immer das ist doch total bescheuert ja gut ist halt ist halt ein Spiel ne Leute ist halt ein Spiel was will man da sagen da gibt's auch Ameisen die einen Flammenwerfer im Maul haben so noch ein bisschen der Kunde ja ich weiß wir überziehen ein bisschen aber dafür war die letzte Folge ja ein bisschen kürzer doch von daher passt das doch ok och mein Mammut da ist weg ok aaa jetzt kommen sie ne 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 nix 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 boah was sei dank ok puh den Eingriff habe ich nochmal überstanden aber jetzt habe ich da halt keinen Mammut mehr da oben da muss ich da nochmal einen dazu bauen so na das ist die äh der Remix von der Kirchenmucke ach die oh man ach Gott immer auf die Sammler die Drecksviecher ne immer auf die Sammler immer auf die scheiß Sammlermann das kann's doch nicht sein ja ja bla 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 ähm die Kirchen was machst du Samml doch da unten ja ja äh Gottes Segen immerhin den gibt's noch so mit dem schaffen wir das doch mit Gottes Segen schaffen wir das so jetzt haben wir wieder keine Kohle mehr in Ordnung und ich bitte Mammut halt nach vorne das bringt nix bringt alles nix ähm sammeln kann man sich hier nicht das ist halt das sammeln kann man sich hier nicht ne das ist halt der Scheiß so da kommen sie wieder ja klar ey ist das bescheuert echt was ist hier schon wieder kaputt gegangen noch ein Turm ist nicht wahr so ich muss hier scheinbar so schnell wie möglich das Nest hier platt machen von denen das nächste ne so jetzt macht das kaputt ja man so ich sage mal ein 5 Mammuts dahin so da kommen sie rum hier man ja Stalin million 10 million 10 million Statistik genau der gute Stalin der olle Porno Darsteller was ist ein Cutscene da so boah sind das viele heftig Leute aber das haben wir erst mal einheit verloren boah wie viele da rauskommen ne ok und schnell raus da puh ach ok aber hier oben das ist schon mal zumindest weg sehr gut Leute das ist sehr gut ähm dann bitte hier nochmal Türme nachbauen hier oben das Nest ist weg alles klar dank dieser Zivilisten ey die sind echt Gold wert hier die sind echt Gold wert upsala sorry da bin ich gerade aus Versehen an mein Headset gekommen so reicht jetzt ja reicht jetzt es reicht es reicht so ich brauche die Kohle für die Mammuts ey na gut aber die Einheiten kann ich hier da eigentlich dazu stellen na komm bauen wir nochmal 20 Stück ich meine wir haben es ja noch noch haben wir es ja äh ja gut dann muss ich mal gucken wie ich das jetzt gleich mache ja wartet mal ne 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 das hier erstmal stehen lassen so als Verteidigung hier für die Sammler genau das war eigentlich gar nicht mal so schlecht was machst du sammeln doch hier oben auf ein geiler Soundtrack also ich liebe Kommande Conker Leute ist es einfach ein so geiles Spiel es ist einfach ein so geiles Spiel dann würde ich sagen da kommen wieder welche aber keine Chance hier das reicht auch aus zur Verteidigung seht ihr das sehr schön Wird repariert alles klar dann wir heilen uns ach du scheiß da oben kommen sie jetzt aber alter da oben kommen sie jetzt oh shit oh shit okay meine Verteidigung da ist weg ne 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 nichts da hallo nein gott sei dank eine verteidigung da oben ist weg ja gut aber ich habe es noch überlebt wir haben es noch überlebt leute so langsam wird mir das aber auch ein bisschen ein bisschen knapp hier sind die lustig echt repariert ihr biester nehmt mir wieder einen sammler weg da kommt er wieder da kommen sie wieder kommt da wir ja ich rede immer so als würde wäre das ein mensch der die gesteuert so das passt doch so weit okay wie gesagt noch ein bisschen längere folge da die jetzt vorher nur 18 minuten oder so mwhy meine 40 minuten folge dann passt doch ich mich zumindest noch meine mammut army zu ende bauen was denn wenn ich dann darf nein na nix da wurde ich wahr sein nein 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 ja mach ruhig mein sammler platto was habe ich gesagt wenn meine mammut armiert fertig haben fünf sammler ja klar das ist wunschdenken das ist gerade ich wunschdenken ich weiß auch nicht warum vor allem die spawn rate die ist extrem von den scheiß dingern vor allem ich habe doch bald keine kohle mehr für den scheiß hier ist bald kein geld mehr sammel doch schneller das kann doch nicht wahr sein sammel den tag ein das war das war im zivere konflikt geil dass die sammler direkt wieder alles aufbauen das wirft uns echt weit zurück jetzt gerade so ja klar machen wir noch einen weg brauche ich ja nicht alter schwede machen wir noch einen turm weg ist okay brauche ich ja nicht einfach weg mit der schweiße ja genau da kommt noch mehr ja genau so muss man hier mal ein bisschen aufräumen so diese scheiße weg hier man das sind auch nur super ameisen also nur da auch dunkelrote kraftwerk nachbauen habe ich jetzt wieder mal zwei sammler aber kein geld mehr hier so was ist das hier hallo hallo hier so macht die platte kaputt machen da ist das nächste nest da oben ist das nächste nest aber hier kommen sie schon wieder zum glück können die sich nicht entscheiden zum glück können die sich nicht entscheiden geschlossen da muss ich jetzt wieder türme nachbauen das muss erst mal reparieren der schwede ist übel ja kein geld mehr danke kein geld mehr konstruktion die scheiß fischer weg so kein geld mehr sind die lustig so aber ich glaube dann kann ich mir hier die noch mal nehmen zumindest die hier oben hinschicken so ja da kann ich die hinschicken was ist denn da oben ach nein das sind edelsteine die hole ich mir ist mir scheißegal die hole ich mir jetzt da oben sind doch tatsächlich edelsteine so die dürfen jetzt nicht kaputt gehen okay ah sehr gut okay alles klar was heißt von da ist die gefahr auch erstmal gebannt nix da jetzt sollte es eigentlich immer einfacher werden wenn die von hier oben nicht mehr rauskommen jetzt sollte das eigentlich immer einfacher werden jetzt sollte es eigentlich ein immer einfacher werden okay das war schon alles ja aber das reicht erstmal zumindest zumindest um ein paar türme wieder aufzubauen das reicht erstmal hier braucht da gar nicht drauf zu ballern die alles klar also mit der marot panzer habe ich hier nicht mehr glücklich werden das schaffe ich ja nicht so gut dann können die sommer eigentlich hier stehen bleiben das reicht genau die türme wieder aufzubauen drecksfiecher ihr braucht da gar nicht drauf zu ballern die gehen ja direkt kaputt alles klar liebe leute da würde ich mal sagen jo machen wir hier mal schluss wenn euch diese folge gefallen hat dann lasst mir doch mal gerne mal ein like oder abo da und lasst die glocke läuten würde ich mich sehr freuen tatsächlich ist jetzt gerne weiter den kanal und habe ich hier weiter geht es immer beim nächsten mal und da würde ich sagen würde ich euch noch einen schönen abend oder schönen tag tschü tschü tschü